Du möchtest länger auf Puket bleiben? Was kostet der Spaß? Das Leben auf Puket kann sehr günstig sein. Eine Wohnung mit einem Schlafzimmer im Stadtzentrum kostet durchschnittlich 10.000 Baht, 280 Euro pro Monat. Außerhalb des Stadtzentrums kann man eine Wohnung bereits ab 5.000 Baht, 140 Euro pro Monat finden. Das Essen auf Puket ist auch sehr günstig. Ein Essen in einem preiswerten Restaurant kostet durchschnittlich 50 bis 100 Baht, 2 Euro. In einem teureren Restaurant kann man für 300 bis 500 Baht, etwa 12 Euro, pro Person essen. Das Trinken auf Puket ist ebenfalls sehr günstig. Eine Flasche Bier kostet durchschnittlich 80 Baht, 2 Euro, in einem Geschäft und in einer Bar etwa das Doppelte. Ein Cocktail kostet etwa 200 Baht, 5 Euro. Das Leben auf Puket kann günstig sein, wenn man auf das Budget achtet. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, teure Optionen zu wählen, je nachdem, was man bevorzugt. Der Spaß, Sonne, Strand und Party muss man extra rechnen, nach oben ist alles offen. Schau dir unser ausführliches Video dazu an. Schau dir unser ausführliches Video dazu an.